Oh danke, noch mehr Einsprüche. Öh, okay. Ein paar Rebellschen. 99%, das sollte reichen, oder? Jo, reicht. Die hätten bestimmt schön viel Geld, oder? Buja. Bäh. Machen wir das so. Klauen wir den erstmals Geld. So, Überdehnung habe ich jetzt. 190. Das behalte ich. Das hier oben auch. Das auch. So, jetzt muss ich mal gucken. Und das auch. So. Und das plündern wir erstmal. Dann gucken wir mal. Und schon wieder zu viel Zeug. Ist das nervig. Wenn man... Als Horde hat man übrigens auch immer viel zu viele Punkte. Äh. Könnten hier noch was reinstecken. Ähm. Oh ja. Das schadet nicht. So. Ja. Doch. Handelzahverwärmlich, ne? Stadt, Universität. Börse haben wir schon. Oh. Wie ist es denn hier so viel Unruhe? Was soll das? Nur weil ich ein bisschen überdehnt bin. Ah. Gibt es hier keine Plünderungskartenmodus? Äh. Eher nicht so, ne? Schade. Ach hier. Ne. Das ist der nicht. Äh. Beute. Da kann ich es noch machen. Ne. Doch nicht. Ah. Ne. Na gut. Dann alles von Hand. Ganz geil. So. Das gehört mich schon. So. Genau. Da haben wir schon. Da haben wir noch nicht. So. Jetzt haben wir alles, ne? Müsste eigentlich. Ich hab schon wieder zu viel Diplom gehabt. Oh Mann. Ich hasse es. Hm. Ja. Ne. Haben wir auch schon voll. So. So. Wie viel bei denen haben wir denn jetzt? 158. Müsste ja gleich was weggehen, ne? Genau. 145. Warten wir mal kurz. Hm. Warten wir mal kurz. Wollen wir noch rebellen? Irgendwo müssen wir noch rebellen. Da oben. So. So. Wie schaut's denn jetzt aus? 143. Dann machen wir noch einen kleinen Satellitenstart. Ich wehre nicht so sein. Machen wir hier einen hin. Monarchie. Na gut. Wir nehmen mal unseren kleinen Satellitenstart. Ah. Ich hab mal ne Idee. Die südliche Horde. Pfff. 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 Irgendwie so. TG. Na gut. Sind eigentlich keine Worte, ne? Egal. Kartenfarbe. da schön ist gelb so ich muss gescheit das so geben wir den noch Yanying Jiangsu da würde ich gerne eine behalten bei Shou Jiangsu ist das hier Makao Xiong Nying Blabla irgendwas keine Ahnung so reicht das immer noch nicht hab ich hier eigentlich jetzt ein Dingskriegsgrund ne nur Imperialismus ja ist auch okay geht auch mit Imperialismus so bei uns zu sprechen Kylin show so so reicht das jetzt immer noch nicht gut da fällt ja eh gleich was weg das soll ja dann schon passen hoffe ich mal ja ja komm krieg mich nicht auf so wie brauchen die noch ein bisschen noch 101 1 prozent sind wieder unter 100 passt so gefällt mir das kann man da hin so haben wir noch bis 95 passt läuft hier unten die von mink garantiert ach ja ist das kurz den ganzen pelz auch schön so hier oben die man ein bisschen im eimer wie es scheint ouch böser böser ja ja bösere wellen ich wollte mal jemand anektieren glaube ich oder kann das sein so ada bier zum beispiel kostet mich eh kaum was fast und dingens mage könnte man theoretisch auch die frage möchte ich das da warum nicht aber nur noch plus fünf passt so kommt dann gleich noch mal ein paar die sind aber kein problem und wir könnten noch mal die korruption etwas oder mal ja doch werden entwerden option senken so gefällt mir das und noch die universitäten verteilen so das war der reichen die kundere serie sie ein bisschen gesungen sowas aber auch das ist natürlich gut aber und garantiert von ming ming und aber werden dabei dann machen wir erst mal schuh und min die mögen mich nämlich alle gar nicht wenn ich schuhe angreif die augen mit Dann mache ich das so. Das passt dann schon. So, kommen wir da rüber. Ich hoffe, da kommen keine Schiffe jetzt. Nee. Gut. So gefällt mir das. So, das hier. Ja. Oha. Ja. Mach mal die doch mal. Ich starte mit dir. So, weil möchte ich da eine weitere. Das wäre auch ein guter Verbündeter. Nochmal die Beziehung für alles an. Das neu lösen. Äh. So, schaut's aus. Gleich durch. Sehr schön. Ja, die haben wir ordentlich weggeknüppelt, auch wenn es Rekruten-Reserven gekostet hat. So, hier können wir dann wieder Frieden machen. Den können wir jetzt mal abziehen. Ja. Ja. Und dann, wenn wir das mal abziehen. Ja. 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 Jetzt haben wir natürlich viel zu viele Punkte. So. Wau mich nochmal ein bisschen aus. Stämme brauchen wir nicht. das passt dann auch unter überdehnung passt so hier grandiert von ming und verbinde mit aber da oben sind auch rebellen ach das waren die von hier so was hat denn dings gemacht immer noch kein frieden okay 95 ok noch ein bisschen langsam ja passt können sie mal mit verbinden wie lange haben wir denn noch mit den timuriten auch bis hier 90 noch ming haben wir noch besitzen zwei ok das dauern weichen dieser kleine säckel da oben glaubst du es denn mehr diplomatisch beziehungsweise kommt mir gerade ganz günstig machen wir das mal da oben weg haben wir noch irgendeine rebellen die preußen kommen nicht auf die insel wahrscheinlich deswegen hier mit einigen großschiffen romantieren das ist natürlich schlecht für die hallo chris ne granate habe ich noch nicht durch das mache ich ins nächste mal ja kultur konvertieren könnte ich auch mal mit den developpungen das stimmt wohl hat ich eigentlich nicht vor könnte man auch theoretisch für das schaffen weil ich noch nicht ich schaue jetzt erstmal wie weit ich komme und dann gucken wir mal von 95 ok 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 dann steht ja noch einmal mehr rum habe ich ok ist gerade etwas disponiert jetzt schau mal erstmal asien und machen das ding es reich dann schauen wir weiter so ist mir schnell die rebellen weghauen so wie schaut es denn mit den camerons aus sind wir da soweit durch nicht ganz es sind ein paar würde ich gern auch durchjagen ja jetzt komme ich die ganzen rebelle jahren gelatscht die müssen wir erstmal erledigen komm damit du ruhe gibst mach irgendwas so darüber so dann kann man eigentlich mal gegen die oder ja krieg erklären und der hauptstadt hast so die war ja der gut start stimmt ja deswegen konnte ich die da nicht wegziehen stimmt ja mini ist nicht mitgekommen ok ich dachte eigentlich die kommen jetzt mit rein aber na gut haben es woanders überlegt auch ok dann gehen wir nicht die ganzen cambronsen durch das ist ja auch nicht schlecht so wie schaut es nie aus dänemark macht immer noch keinen frieden die muriden bis 94 ok dauert noch ein bisschen miche naga könnte man gehen was haben die so für verbündete hamel skara und wegen nat da 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 unten ok ich hätte nämlich gern das hier hinten so können wir dich jetzt mal hier weg ziehen ja gut gut start jetzt ja 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 ich bin ja Guck mal diese Aufstände hier. Ist ja schlimm. So, wegen Missionsfahren kommen wir jetzt nicht weiter. Ja, wir sind ja eigentlich so gut wie durch. Sorry. Die stärkste Hand jetzt macht ein Persien. Okay. So, Moment, da. Ist kein Nahtgründen, möchte ich das? Hm. Das ist kein Problem. Dann haben wir da auch alles erobert, was wir brauchen. Easy peasy. 89. Wo es macht, trägt gewisse Einheit. Ja, höher geht es leider nicht mehr. Außer wenn wir jetzt nach hier holen. Das könnten wir noch machen. Hm. Hm. So. Da haben wir eine Einheit. Passt. So, Timuriden mit Natschran. Wo ist die denn da drüben? Da kommt nochmal Schwedische ein bisschen. Ist auch okay. qui? Da. 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 Da, da. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017